Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Heute sprechen wir über meine Top 3 der Titelkämpfe 2020, denn das Jahr ist vorbei. Die UFC liefert den nächsten Pay-Per-View. Erst im Januar, dann mit Conor McGregor gegen Dustin Poiré und deshalb sprechen wir über die Top 3 Titelfights. Schreibt gerne mal eure Top 3 der Titelfights unten in die Kommentare, lasst eine Bewertung bei iTunes gerne da und ein Follow bei Spotify. Dann würde ich sagen, legen wir auch gleich los. Auf Platz 3 habe ich Alexander Wolkanowski vs. Max Holloway 2. Dieser Kampf war sehr, sehr heiß erwartet. Wir erinnern uns an den ersten Kampf. Wolkanowski hat Max Holloway sehr, sehr eindeutig besiegt und hat auch sehr, sehr stark gegen Holloway gewonnen. Und im zweiten Kampf, ja, da sah das Ganze schon ein bisschen anders aus. Ja, Alexander Wolkanowski hat diesen Kampf gewonnen, aber sehr, sehr, sehr viele MMA-Fans sind mit dieser Entscheidung, nicht einverstanden gewesen. Auch Holloway sagt, 90% der Leute, die diesen Kampf gesehen haben, wissen, dass ich gewonnen habe. Und viele MMA-Journalisten haben sich auch zu Wort gemeldet, haben gesagt, hey, sie haben diesen Kampf 20 Mal geguckt und ich verstehe nicht, wie Max Holloway diesen Kampf nicht bekommen hat. Und ich persönlich denke, ja, es ist immer schwierig. Ich würde da nicht von einer Robbery sprechen. Robbery bedeutet für mich persönlich, da hat jemand eindeutig diesen Sieg nicht verdient. So, das war aber im Endeffekt nicht der Fall. Man hat Wolkanowski diesen Sieg geben können. Holloway sah vor allem zu Beginn des Kampfes sehr gut aus in den ersten Runden. Aber je länger der Kampf ging, desto mehr konnte Alexander Wolkanowski aufdrehen. Desto mehr konnte er Holloway wieder nach hinten drängen. Desto mehr konnte er diesen Kampf wieder kontrollieren. Und dementsprechend denke ich nicht, dass Holloway diesen gesamten Kampf gewonnen hat. Ja, er hat die ersten Runden gewonnen, das stimmt. Und prinzipiell könnte man auch sagen, Holloway hätte man diesen Sieg geben können. Gar keine Frage. Ich sage nicht, dass Holloway unverdient verloren hat. Äh, nee. Dass Holloway verdient verloren hat. So rum. Aber es war ein sehr, sehr knapper Kampf. Und jetzt sehen wir ja auch schon im Januar Holloway gegen Calvin Cater. Das ist, denke ich, dann auch der nächste Titelcontender. Ich denke, wir sehen dann Wolkanowski gegen Brian Ortega. Und dann den Sieger aus Holloway gegen Cater gegen den Sieger aus Wolkanowski gegen Ortega. Nichtsdestotrotz ist das mein Platz 3. Superspannender Kampf. Großartiges Hin und Her mit einer sehr kontroversen Entscheidung. Auf Platz 2 habe ich keine kontroverse Entscheidung. Und es ist auch nur ein Interimstitelkampf. Und wenn ich sage, keine kontroverse Entscheidung und Interimstitelfight, dann wissen die Leute, ich spreche hier über Justin Gaethje vs. Tony Ferguson. Und prinzipiell muss ich sagen, war das kein ausgeglichener Kampf. Ich selber bin großer Fan von Tony Ferguson und ich fand es auch sehr, sehr schade, dass er jetzt gegen Charles Oliveira verloren hat. Aber was Justin Gaethje da für eine Leistung gezeigt hat, was Justin Gaethje für eine Performance im Oktagon abgelegt hat, war der absolute Wahnsinn. Muss man einfach sagen, Justin Gaethje hat Tony Ferguson über 5 Runden lang dominiert. Und ja, auch Justin Gaethje wurde einmal vom Rundenende gerettet, muss man auch dazu sagen, bei diesem Uppercut von Tony Ferguson. Ich glaube, das war gegen Ende der zweiten Runde. Nichtsdestotrotz hat Justin Gaethje dort ein Striking gezeigt, von dem wir alle überrascht waren, denke ich. Diese Entwicklung von Gaethje, von einem Gaethje vs. Barbosa Fight hin zu einem Gaethje vs. Ferguson im Striking, ist wahnsinnig gut. Da hat Trevor Whitman eine absolute Glanzleistung gezeigt. Die Frage ist dann nur, was mit Gaethje gegen Khabib los war. Denn wir haben vom Gaethje, der gegen Tony Ferguson gekämpft hat, nichts im Gaethje vs. Khabib Fight gesehen. Gaethje war im Khabib Fight einfach ein ganz anderer Striker, ein ganz anderer Kämpfer. Nichtsdestotrotz hat dieser Titelkampf dann Justin Gaethje den Titelfight gegen Khabib beschert, den Gaethje dann sehr, sehr eindeutig verloren hat und sehr dominant auch verloren hat. Auch Platz 1, da muss ich gar nicht allzu viel drüber sagen, denn diesen Kampf haben wir vor kurzem erst gesehen. Davison Figueredo vs. Brandon Moreno. Ich denke, Figueredo vs. Moreno ist einfach der Fight des Jahres und damit auch der Titelfight des Jahres, wenn wir von der Leistung im Octagon sprechen. Beide haben drei Wochen vor ihrem Titelfight schon mal gekämpft. Das heißt, bei UFC 255 war Figueredo Main Event, Brandon Moreno in den Prelims. Und bei UFC 256, drei Wochen später, war Figueredo wieder im Main Event und Brandon Moreno ebenfalls im Main Event, weil die beiden gegeneinander gekämpft haben. Großartiges Hin und Her, eine wirkliche Schlacht, ein wirklich super, super geiler Kampf. Deshalb schaut euch auf jeden Fall Figueredo vs. Brandon Moreno nochmal an, falls ihr den Kampf nicht gesehen habt. Auch spannend für das Flyweight, denn dieser Kampf hat das Flyweight gerettet. Davison Figueredo allgemein hat das Flyweight gerettet. Und man muss auch dazu sagen, ja, ich will jetzt keinen Cody Garbrandt gegen Davison Figueredo sehen, sondern ich möchte unbedingt Brandon Moreno vs. Davison Figueredo 2 sehen. Wenn ich jetzt aber auch an das Main Event des Jahres denke, auch wo ich die meisten Erinnerungen und Emotionen bei der Erinnerung habe, dann denke ich da schon an Khabib gegen Geiji. Ich denke da gar nicht an den Kampf an sich, weil Khabib den sehr, sehr schön gemacht hat, auch viel im Striking gekämpft hat, viel im Stand gekämpft hat. Das heißt, Khabib ist mit Geiji im Stand geblieben, sah da auch nicht schlecht aus und hat ihn dann zum Tappen gebracht in der zweiten Runde. Und vor allem dieser Rücktritt. Dieser Rücktritt von Khabib Morgmedov, wie er da sehr emotional war, wie er sich auch kurz nach dem Sieg seine Zeit in der Oktagon-Mitte genommen hat. Ich denke, Khabib vs. Geiji war für mich auf jeden Fall der Moment des Jahres. Und Khabibs Rücktritt ist einer der Szenen, die schauen wir uns vermutlich in 10 Jahren nochmal an, vorausgesetzt er bleibt zurückgetreten und davon gehe ich aus. Ich denke nicht, dass Khabib nochmal kämpfen wird. Und Khabibs Rücktritt mit einem Sieg mit 29 zu 0 ist einer der größten Momente im Kampfsport. Ich denke auch einer der größten Momente im Sport allgemein, weil wir nun mal einsehen müssen, dass MMA weltweit angekommen ist, eine weltweit riesengroße Sportart ist. Und man sollte nicht mehr nur von Basketball und Football und Fußball reden, sondern bei solchen Momenten auch von Kampfsport und Khabibs Rücktritt. Zählt für mich zu den größten Sportmomenten der Welt und zu den größten Sporthighlights 2020. Es ist in meinen Augen auch das größte Sporthighlight 2020. Das Event an sich war auch super und der Rücktritt war dann wirklich sehr emotional auch. Für viele Fans, für viele Journalisten, für Khabib selbst, für viele Kämpfer auch, die reagiert haben und so weiter. Und das war meine Top 3. Was war euer Moment des Jahres? Was waren eure Top 3 Lieblings Titelfights dieses Jahr? Schreibt es mir gerne unten rein. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.